Ob das jetzt wieder in die Wolken geht? Ich glaube nicht. Aber bist du bereit für den Rest vom Schützenfest? Definitiv. Das geht bis in die Sterne hoch, sag ich dir. Oh. Wo so schön eckiges Plateau ist. Oh, das war der Parkierest da aus. Alter, da will ich auch hin. Willkommen in Nintendo Land. Das Bowser Land. Eröffnung 2021. Was haben wir denn hier schönes? Kampf auf den Stachelrücken. Ist Plural. Ich möchte das nicht. Plural? Stachel. Lass mich... Ach so, kann da noch einer raus? Ah, Löckchen. Guck mal, wo du da hochkriegst, kannst du hier. Warte, warum drücke ich denn die ganze Zeit? Ist das jetzt was episches? Wow. Scheiße, ich hätte einen großen Sprung machen müssen. Nicht nur, aber kurz gegen die Sprungtaste. Knack, alle Wächte. Knack, sagt er. Na, das hier ein Fest. Spring du mal rechts gegen, bitte. What the fuck? Ich muss jetzt schnell bleiben und lachen. Oh Mann, ey. Ja, hilfst du mir dagegen, falls dann Upgrade rauskommt, sonst bin ich nur ein Pilz, den will ich nicht. Nein! Warum habe ich das denn gemacht? Hören sie nicht. Nein. Ist da links noch was episches? Oh, da musst du als Miets hoch. Na toll, die Kamera kam nicht hinterher, weil die Miets da woanders rumgurpt. Soll ich da drüben lang? Bitte. Aha. Als wenn du auf heißen Kohlen rumläufst, ey. Was? Oh, das war ein Draw. Verdammt. Ja, hallo? Pau? Ähm, ich hätte ihn ja gepautet, wenn er hier ist. Ist aber gut. Ach, das ist doch zeitlich. Scheiße, soll ich dich holen? Ich hole dich. Gespräch! Wurde, weggezoomt. Schreien gehabt. Da wolltest du mir den Pilz nicht gönnen, ne? Es ist doch... Ich bin doch gar nicht. Da bin ich nie lang. Ähm... Der zweite Sprung war mir ein bisschen eng. Ich... Bist du nochmal angehalten da, ja? Ja. Hm. War zu risky. Warme Reservealter, wie raste voll aus? Willst du da nicht den Turm hoch? Äh, jetzt bist du ja schon wieder unterwegs. Ja, du geh halt den Turm hoch, wenn du das möchtest. Ich geh den Turm runter. Na, komm schon! Du blöde Miez! Ich hab keinen gehabt, danke. Ja, vielen Dank. Ja, du recht sich legen, sondern... Jetzt kriegst du mir doch einfach in den scheiß Stern, Mann. Oh Gott. Hä? Okay. Nicht okay. Boah, die Dinger. Ach du Scheiße, wie kommen die da drüben? Ich... Möchte... Ich versuch's einmal, oder? Ach, da ist so ein A, verstehe. Ja, das war blöd. Was ist denn jetzt hier los? Ich bin da. Jetzt will ich mir hier erstmal upgrade, weil ich bin da wieder da. Haben wir keine Zeit mehr? Nee, wieder eng. Ja, das ist doch super. Ich komm, pass auf, halt fest. Da, die werden alle weggerannt von mir. Und dann... Und umdrehen. Und... Und aufpassen. Wieso haben wir denn für diese Settel nur so wenig Zeit? Scheiße. Tod springt einfach kacke. So. Das ist doch schon das Ende, Mensch. Ja, entspannen wir auch noch eine Minute Zeit. Ich bin tot. Okay. Apropos tot, wir haben übrigens den Continue-Bildschirm bei Bosa nicht gesehen. Das stimmt tatsächlich. Wie du vor Äonen in einer deiner Folgen mal erwähnt hattest. Jetzt die Auflösung. Wuhu. Gar nicht mehr dran gedacht, ja. Aber wir haben ja noch ein paar Containers. Na, guck. Die Mocke. Schon geil. Wir wollen irgendwie hier hochkraxeln. Was ist das da? Ein Dino? Das ist doch hier unser... Plessy. Ja. Plessys Dünnen-Rally. Aber gern. Komm, Plessy. Bin da. Klatsch. Reiß ich am Riemen jetzt. Ach so, okay. Ich sehe nix. Nein! Gut gebremst. Jetzt Gas. Ah! Haben die noch? Ja! Den hatten wir gekriegt, aber dann war Ende. Oh, oh, oh. Mach doch nicht mal so'n Rosen-Sprung. Einmal nur kurz gegenfurzen, dann springt er auch nicht so hoch. Hätten wir nämlich auch den Scheißlager gekriegt, Mensch. Verstehst du? Bist du noch da? Ich möchte mich nicht schon wieder aufreden. Hä? Hä? es lässt sich besoffen oder versuchst du mich irgendwie auszuspielen das ist der sand plötzlich ist das nicht gewohnt das jetzt bitte nicht auf den sand o gott o gott o gott o gott na komm er passt es wird grün danke plessi machet jod plessi ich wollte die puste blumen noch mal machen ich wusste nicht dass man da springen soll gut geht auch hier sind ja noch viele level das scheint eine große welt zu sein und das ist ein zuglevel stark süßes räderberg ja das ist das prinzenrolle werben ich nehme die katze Zerkrazt. Mhm. Mhm. Warte mal, war er hier hoch? Ja, nein. Nicht spannend, weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht hätten wir das andere Rad nehmen müssen, weil wenn wir jetzt hier weitergehen, dass er ein Rad hat, dann muss er auch einen Zweck haben. Na gut. Oh Gott. Achso, um hier einen Stern zu kriegen, das ist aber echt nicht einfach und kann ich glaube ich auch mal wieder... Hä? Achso, da rauf, macht ja natürlich mehr Sinn. Guck dir das an, hat sich gelohnt. Fett geil. Möchtest du nochmal Ausschau halten hier? Aber gern. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, ich falle. Äh... Ich möchte ungern wieder runter. Okay. Stempel? Ja. Ja. Ja, ist gut, mach das mal. Wow. Ich bin begeistert von mir selbst. Reserve-Bomerang oder willst du den Namen? Nehmen wir mal mit, haben wir doch Reserve-Meets. Oh, sind sie totgeil aus mit diesem riesen Helm. Didi-di-di-di-di. Möchtest du jetzt ne halbschule Gegnerzeit schießen oder kommst du noch? Ich möchte runter. Jawoll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Möchtest du die Miets haben? Nein, 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 nein. Alles gut. Das kann ich nicht werfen, aber ich hab immer so einen grünen Parasiten auf mir drauf. Der, hallo? Navelle. Du hast mich aufgenommen. Der würde mir nicht einfallen. Oh Gott. Oh Gott. Auf dem Boden habe ich gerade eben, als wir durch die Röhre kamen, noch so eine Insel gesehen mit ganz viel Münzen. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen wären. Hm. Da wäre auf jeden Fall noch was gegangen. Du möchtest jetzt aber nicht nochmal rein, oder? Ne, wenn wir das können, ist mal weiter hier. Final. Weiter im Text. Wollen deine armen Nerven ja auch nicht zu sehr überstrapazieren. Final. Was ist das hier zum Henker? Gut. Tschö, tschö. Fahr mal eine Runde, mal. Sturmaufbau. Aus Schergen Express. Let's it go! Das sieht aus wie der Weihnachtstruck hier. So ein bisschen. Nimm noch was mit. Hier ist doch bestimmt was geiles drin für dich. Ich habe den Schenke holt, du Otto. Wie bitte? Und jetzt habe ich die Blume geholt. Oh, hätte ich hier nichts. Oh, das sieht nach Spaß aus. Nooo. Oh, was machst du denn da? Was steht nur noch einer? Aber der killt sich, ey. Ich habe mich nicht gekillt. Nein, nicht mit mir. Mit dem. Ähm, Pau? Schöner Nebengedings. Äh, ja, das schaffen wir wohl nicht mehr. Die Mini-Gumma sind ja drollig. Was so? Ja, schieß mich nie die Gegner hoch, ey. Ich muss hier raus. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ein bisschen was Spannendes drin. Ich bin hier drin, aber... Ja, das ist doch. Ich muss übrigens alleine spielen. Und ich noch nicht. Spinner weg. Ninja Bowser. Wumm Wumm. Ah. Oh, den Zug nochmal, aber gern. So, du bist jetzt meine Munition. Hör auf damit. Ja. Die landet doch bestimmt rechts im Ofen zum Schluss, oder? Im Ofen? Siehst du da rechts die Klappe, die schon so ein bisschen wackelt? Und? Och Gott, da hinten? Ich hab nix mit Ofen. Schade. Dürfen wieder rein? Hm. Das ist nur der Kessel von der Lok. Sieht so aus. Dass man direkt vor der Fahne immer noch mal Zeit kriegt, verstehe ich nicht. Ich verstehe das auch nicht. Oh, das war eng. Das war eng. Die Musik schockt echt. Insgesamt so diese ganze Aufmachung von diesem... Eigentlich als Bonus Level, weil man ja Bowser schon besiegt hat, da kriegt man nochmal so eine komplette Welt geschenkt. Das ist richtig gut gemacht. Oh. Oh. Alter, diese einzelnen Münzen, die in der Welt rumliegen, genauso wie dieser knackte Block da, aber das ist doch Quatsch. Nächstes Aquarium. Hmm. Windende Wassergänge. Let's go! Oh. Oh. Okay. Uh, Wasserquader, ey, ist ja geil. in dem anderen wasser kohle aha stellt sich um ein wo ist er denn ich will runter scheiß die wand an mann ach so hier ist eine plattform das habe ich nicht gesehen das ist nicht mein level bin da da habe ich es drauf oder was ja was hast du denn jetzt na gut nicht mal den fahrstuhl musst du aber auch nicht wenn ich will du musst im wasser schwimmen du musst auch mal warten ich habe hier gewartet mit dem pilz ich wollte dagegen fahren nicht springen ich glaube die fische bist du einfach überfahren mit plessi oder für sie fett genug sie eher was ist das tja da war auch eine kurze strecke na klasse winke winke ach ich dachte das habe ich nicht gesehen möchtest du auch nimmst du hast ein pilz für dich ja der schwimmt gerade weg drück doch einfach aufs minus ich hinten vorne oder gar nicht oh gott oh gott runter jetzt ich fand krank unten noch was ist aber glaubt nicht das war es ja drauf gewartet hat so lange nicht gehört ich bin fischi passend zur katze geisterhaus ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020